Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution 2. Ja wir sind ja hier noch am Start in Jurassic World, also auf der Map Jurassic World, sollen die Gesamtzahl der Saurierspezies erhöhen und ich glaube da hatte ich doch schon eine Expedition gestartet, wenn ich das richtig sehe. Ja die sind sogar noch unterwegs, alles klar, perfekt. Ja schauen wir mal, was wir da bekommen. Ich meine, ich wäre auf Apathos ausgegangen, glaube ich zumindest. Und ja, da schauen wir mal. Mir ist aber auch hier was aufgefallen und zwar wir benötigen ja noch, ne halt stopp, da wollte ich hin, so eine Brutstätte. Und zwar genau hier so ein Teil. So jetzt die Frage, wo basteln wir die hin? Kriegen wir die vielleicht hier rein? Ah, hier ist der Weg, ne? Blockiert durch Standardweg, das ist natürlich dumm. Äh, warte mal, kriegen wir, warte mal, wenn wir hingehen und hier mal den Weg nochmal entfernen. So, dann gucken wir mal, dass wir hier, ah ja, guck an. So, hier kriegen wir was hingebastelt, sehr schön. Äh, nee, stopp, so, zack. Dann könnten wir eventuell um mich hingehen. Oha, ey Gott, Junge ey, ey, das mit dem Boden, ne? Katastrophe. So, Moment. Äh, schnell mal das Gelände wieder anpassen, hier glätten. Wollen wir mal hier wieder gerade machen, den Laden. So. Okay, okay, okay. Ja, so müsste es gehen. So, sehr schön. Mal klatschen mal, Moment, einmal den Weg da dran. Ja, Standardweg sollte reichen, erstmal für hier. So, machen wir mal so. Dann, ah, ja, so. Halt. Ja, komm her. So und so. Und von hier gehen wir dann, ah, reicht das? Ja, so. So, so und so. Okay. Damit hätten wir den Standardweg hier auch angeschlossen. Dann können wir, ja gut, wir müssen die Saurier ja nicht hier reinlassen, ne? Aber hier stört es glaube ich am wenigsten. Ähm, so, warte mal, ich wollte mal schauen, wie sieht's hier aus? Die können, ja, so ziemlich gut alles sehen. Das ist auf jeden Fall schon mal nice. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Fossilien, was haben wir denn hier? Was haben wir denn bekommen? Äh, pathosaurus. Oh, jede Menge machst ich. Sehr schön. So, dann nehmen wir mal die. Wir nehmen die und, weil wir es können, nehmen wir auch noch die. So, und, äh, warte mal, das ist jetzt Extraktion. Haben wir jemanden, der das kann? Ja, ja, nicht so wirklich. Äh, warte mal, wie viele Punkte brauchen wir dafür? Drei. Ja, nehmen wir den hier. So, hau mal rein. Dann macht er das schon mal. Aber wir gehen hin. Ähm, wo habe ich denn hier hin? So, Wissenschaftler ansehen, weil, äh, wusste, den Kollegen hier schicken wir mal in die Pause, damit der nicht hier nachher anfängt rumzuschreien. So, und wir gehen direkt weiter auf eine neue XP-Zug. Und was, wieso, was? Triceratops, mhm, ach, Personal ist beschäftigt, okay. Dracorex. Dracorex hatten wir auch noch nicht, ne, den will ich auch noch haben. Edmonto, hat mir Edmonto schon, ich weiß es nicht. Die ist ausgeschöpft, schon, krass, okay. Cerato ist ein Fleischfresser, ich würde jetzt gerne erstmal Pflanzen fressen. Und diesen Lasuto, den haben wir auch noch nicht. Aber, wir machen erstmal nochmal Apartho, weil, dann können wir den, äh, freilassen. So, warte mal. Mh, ja, wir nehmen den und den. Können die schon mal los. So, in der Zeit schauen wir mal, weil, was hat man jetzt hier drin, na? Äh, da. Ah, hier sind die an Kühlos drin, hat man ja nicht hier noch irgendwas drin? Doch, hier, die Gallis. Die Gallenimos sind hier drin. Oh, ja, gut, das passt. Finde ich gut. Hier hatten wir drin Triceratops, die haben wir ja schon, sehr schön. Und hier haben wir drin, kein Strom, was? Wo? Oha. Oha, Moment, kein Strom ist nicht gut. Einmal auffüllen, bitte. Ja, komm mal rein. Wir haben gerade Geld. Warte mal, dann könnten wir theoretisch hingehen. Äh, ja, wir können hier nochmal so ein, äh, kleines Umspannwerk irgendwo hinzimmern. Kriegen wir das hier irgendwo noch rein? Ah, warte mal, da ist doch eins. Wieso? Ah, hier hinten fehlt dann, ne? Scheiße. Ja, das ist blöd. Hm. Mist, wir kriegen hier kein Umspannwerk mehr dazwischen. Ich hab hier... Sorry. Ich hab hier schon etwas... Ja, scheiße gebaut. Wollte ich schon sagen. Leider. Ah, hier ist auch ein Umspannwerk. Scheiße, das hätten wir gar nicht gebraucht. Na ja, egal, passt schon. Äh, okay, so. Wie weit sind die mit der Forschung hier? Äh, es dauert leider noch ein bisschen. Apropos Forschung, warte mal, vielleicht können wir... Ah, ne, ich hab keine... Kein Personal gerade zum Forschen. Sonst hätte ich gesagt, forschen mal hier noch was. Was können wir denn hier... Können wir da bestimmt auch nochmal ein bisschen glätten, oder? Äh, das mit dem Boden ist ja hier echt nervig. Ich glätte hier mal überall ein bisschen. Ah, ne? Außen hier, voll das Loch. Alter, es wäre egal, wo du was hinsetzt, du hast hier auf einmal voll die Löcher im Boden. Richtig blöd. Na gut, was wollen wir machen? So, zack, okay, Hammer. Okay, was ist jetzt gerade fertig geworden? Hier, Fossilien ansehen. So, warte mal, dann können wir die und die auf jeden Fall schon mal... Und das können wir verkaufen. Die können wir auch schon mal machen. Hau rein. Kann er da direkt auch nochmal forschen. Je schneller... ...desto besser. Hier haben wir hier einen Apathosaurus drin. Apathosaurus, was brauchte der? Konnte ich das irgendwo sehen? Äh, Moment. Forschung. Hier, Datenbank. Saurier. Saurier Genome. Genau, so, Brachio, Apatho, da haben wir doch... Äh, da, da steht das irgendwo was, die Fressen, große Paleo... Irgendwas, Datenbank. Zum einen, ja, ne? Und wir haben uns am besten... Die Fundorte bieten Grund für die Annahme, dass Apathosaurus die Nähe von Flüssen bevorzugte und sich seinen Lebensraum mit Camarasaurus, Cerato und dem gefischenden Allosaurus teilte. Aha. Ja, wahrscheinlich würde ein Allosaurus den nicht angreifen, ne? Aber wir können leider nicht lesen, was die fressen. Das ist schlecht. Mist. Naja, egal. Äh, drü 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 drü... Forschung kommt, äh, ähm, Expedition kommt auf jeden Fall gleich wieder. Ah, äh, warte mal. Was ist das hier eigentlich? Ah, Moment, da kann man das eigentlich hier erstmal abreißen, oder? Ja, das kann erstmal weg. Brauchen wir nicht. Dann machen wir das so. Äh, einmal Weg. Dann würde ich sagen, setzen wir den mal einmal hier rüber. Dann haben wir das auch soweit erstmal hier verbunden, passt Expedition abgeschlossen. Vielen Dank. Okay, hier haben wir auf jeden Fall schon mal jede Menge Maschigapato. Das können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Dann haben wir schon mal ein bisschen Kohle. So, damit kommen wir auf jeden Fall schon mal was höher. Und die schicken wir direkt wieder los, weil, ne, hier keine Müdigkeit vorschützen. So, Nasuto, Ceratops. Ich hab keine Ahnung, was das für einer ist. Parasaurus, Parasaurus, Hammer. Parasaurus, Hammer. Parasaurus, Hammer. Parasaurus, Hammer. Na, Edmontot, Triceratops, Dracorex. Ha, was nehme ich? Dracorex hört sich cool an. Dracorex hört sich richtig cool an. Parasaurus und Edmontot. Ich will aber hier diesen Nasuto-Ceratops. Schauen wir mal. So, äh, Logistik-Spezialist. Ja, hau rein. Kann der direkt wieder los? Je schneller die unterwegs sind, desto besser, ne? Ah, ziemlich dumm. Hier könnte man auch noch ein Gehege reinzimmern, oder? So hier, wo die Bahn verläuft. Was machen wir denn da hin? Da könnte man auch irgendwie so Fleischfresser-mäßig was machen. Aber ich schaue jetzt erstmal, was wir hier brauchen. Hm, ich kann ja mal gucken. Äh, was waren das hier? Blätter, Boden, Blätter, Baum. Ah, guck mal. Ah, guck mal, es gab mal Update. Und da sieht man, was, ähm, hier so benötigt wird. Hier ist so mittelhoher Wald. Hier ist so hoher und dichter Wald. Blätter, Boden. Pflanzenfasern, Boden. Pflanzenfasern, Baum. Und Blätter, Baum. Ah, okay, das ist schon mal ganz geil. Das ist schon mal richtig cool, dass das dazugekommen ist. Oh, halt, stopp. Das ist nicht schlecht. So, pass auf, wie viel... Wie viel Prozent haben wir denn jetzt? Keine Ahnung. Wir ballern das mal alles da rein. Forschen das auch noch. Dann sind wir bei 84%. Ich denke mal, das sollte passen. Ja. Komm, Junge, hau rein. Aber wir können jetzt, glaube ich, wir sind ja schon drüber, in die Brutstätte gehen. So, Apatosaurus. Ist schon lebensfähig. Da kann ich jetzt auf jeden Fall schon mal schauen, was der frisst. Freiraum. Wald, Blätter, Baum braucht der. Aha. Ja, dann kümmern wir uns doch darum schon mal. So, warte mal. Hier können wir... Haben wir schon irgendein Upgrade-File geschaltet? Nein, haben wir noch nicht. Das ist schlecht. Egal. Aber wir können Blätter, Baum auf jeden Fall schon mal machen. Und das war Blätter, Boden. Blätter, Baum. Gibt es hier noch irgendwas? Blätter, Baum. Hier ist auch nochmal Blätter, Baum. Ginko. Ist neu. Früchte, Baum. Aha. Krass. Ey, hier ist echt ein... Ist was denn dazu gekommen, ne? Blätter, Baum. Hier. So, dann nehmen wir die. Machen wir mal so. Passt das? Pflanzenfolger. Ich mache hier mal überall was rein. Oh, jetzt stopp. Hier ist Blätter, Baum. Okay. So. Warte mal, wir haben hier noch... Hier ist noch Blätter, Baum. Nehmen wir das auch mal mit rein. Da. Ah, hier, guck mal. Ein bisschen ausblünen hier das Ganze. Machen wir mal hier so ein bisschen mehr rein. Dürfte doch passen, oder nicht? Dürfte doch passen, oder nicht? Ziemlich bewaldet jetzt, ne? Das Ganze. Aber... So dürfte es eigentlich gehen. Ja. Ja, würde ich sagen. Hauen wir die mal raus. So, pass auf. Blutkasten. Ne, halt. Stopp. Zurück. Können wir an dem Genom noch irgendwas verbessern? Hauptfarbe? Oha. Nehmen wir mal die. Gibt es ein anderes Muster? Nein. So, was können wir denn hier noch verbessern? Ah, das müssen wir noch alles erforschen. Aber hier, die Langlebigkeit können wir auch ein bisschen höher drehen. Das ist auch das Einzige, was wir im Moment höher drehen können. Machen wir die mal auf 100%, würde ich sagen. Großer Hunger. Mhm. Naja, gut. Egal. Machen wir jetzt erstmal so. So, und dann kloppen wir die mal raus. So, wir brauchen irgendwas für Synthese. Hier, schnellere Synthese. Oha, die sechs Punkte. Oh Gott. Okay. Genetik-Spezialist. Den muss ich mit da rein nehmen. Und den nehme ich noch mit da rein. Autsch, das tut weh. Gelegegröße 2. Na, komm, nochmal. Ah, ne, warte mal. Kann ich ja jetzt nicht. Scheiße. Ähm, wie viel brauche ich da von Minimum? Ah, ne, halt, so. Äh, la, 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 was steht hier? Hm. Ah, minimaler Bestand 1. Okay, ja, gut. Wenn wir zwei rauskriegen, wäre schon geil. Das wäre jetzt nicht schlecht. So, und zu fressen sollten wir jetzt hier mehr als genug haben, ne? So, ah, hier, warte mal. Die sind wieder da. Können wir direkt forschen. Ach, das ist ein Nasuto. Ah, okay. Wow. Gold. 600. Wow. 640.000. Her damit. Okay, ne, mal. Was haben wir hier? 40.000. Oh, nochmal 40.000. Schön die Mineralien hier verkaufen. Okay, so, zack, 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 zack und zack und dann kann da dran, wow, okay, die und die ist motiviert, derzeit schicke ich die andere nochmal eben schnell in die Pause. Ich muss die trainieren, wa? Oha, komm mal hier, der, der brauchte Pause, die brauchte Pause, so. Okay, das hätten wir. Hm. Warte mal, können wir äh, trainieren. Auf was können wir die denn trainieren? Ach, das muss ich erst wieder noch verbessern, oder was? Ah, verdammt. Kosten Upgrade. Na, komm, machen wir. Ja, der, forschen. Ich brauch besseres Personal. So, die sind beschäftigt, hier kann ich keinen losschicken, verdammt, oder? Kriegen wir einen raus? Nein. Personal, oh, wohl, warte mal. Was will das? Hier kann einer hin. Edmonton, ja, komm, warum nicht? Raus mit dir. Und ab dafür. Je mehr Leute hier beschäftigt sind, Entschuldigung, ähm, desto besser. So, sind die fertig? Oh ja, okay. Eier auswählen. Terrorisiert gestern nie, greift nie Ranger-Teams an, finde ich gut. Zack, zack, nehmen wir. Scheiße, mein Personal ist beschäftigt. Ah, ich brauch Personal. Warte mal, konnten wir nicht? Ich kann gerade gar nichts machen, ne, verdammt. Ich kann gerade gar nichts machen, weißt du was? Echt, ich will mit dieser Bahn mitfahren. Wie ging das? Wo ist diese Bahnschutz denn hier? Zack. Und wir fahren mit der Bahn. Ah, hier kann ich keine Aufnahme-Modus machen, okay. Das sieht schon geil aus, ne? Hat was. Ah, ja, okay. So, wie, ach, wisst ihr was? Wir machen das anders. Wir schrauben mal die Zeit nach vorne. So, Fossilien-Extrektion abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Okay, wenn die Forschung abgeschlossen ist, ist schon mal sehr gut. Was haben wir denn hier? Also, gerade gar nichts. Dann, äh, Moment. Forschung, Forschung, Forschung. Was ist mein Forschungszentrum? Oh, ne, das ist das, oder? Forschung ansehen. So, was können wir denn hier machen? Die Ruhe ist auch abgeschlossen. Perfekt. Äh, lalalala. Wir brauchen. Was brauchen wir denn? Das ist eine gute Frage, ne? Was können wir denn hier noch machen? Forschung. Äh, Aviarium. Auch nicht schlecht, ne? Aviarium. Was ist das? Brutstätten-Upgrades. Auch nicht schlecht. Will ich haben. Brutstätten-Upgrades nehmen wir. Hau rein. Aviarium. Äh, gut. Das kann ich jetzt gerade nicht forschen. Was haben wir hier noch? Gastkomfort. Kann ich hier irgendwie noch was fürs Personal machen? Äh, äh. Genomen-Modifikation. Da können wir auch noch was machen. Jawohl. Anpassung an enge Räume. Ah, ne. Halt. Äh, was können wir denn hier machen? Speziesübergreifende Anpassung. Toleranz. Finde ich gut. Neh, mal. Wer kann das? Der. Also, halt. Warte mal. Wir brauchen noch mehr. Wow. Positive Einfluss. Und das. So. Okay. Dann forschen die das. Dann sind wir da auch schon am Start. Läuft. So. Was ist mit dem Apato hier? Kann ich ihn jetzt hier freilassen? Bereit zum Ausbrüten? Ja. Hallo? Äh. Moment. Hä? Was? Die sind am Brüten oder was? Bereit zum Ausbrüten. Na ja, sie sind am Brüten. Egal. So haben wir hier irgendwelche. Nein, haben wir immer noch nicht. Ja, gut. Dann machen wir nochmal eben schnell Zeit vor. Kein Problem. Schneller, schneller, schneller. So, Expedition abgeschlossen. Sehr gut. Ich brauche mehr Personal. Forschung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Äh. Jetzt mal eine blöde Frage. Ei, ei. Ach, die war noch. Oh, ernsthaft? Also ich brauche auf jeden Fall hier für das Kreuz noch was. Warte mal, wir nehmen die und die anderen beiden schicken. Jetzt sind die also am Brüten, ne? Ja, moin, ey. Scheiße. Ja, alles verkackt, ja. Kann mir ja gar nichts. So, obwohl, nee, warte mal. Dann machen wir lieber erstmal das. So, was hatte ich hier? Edmontosaurus, genau. Sehr schön. Das können wir verkaufen. Da kriegen wir Geld für. Da kriegen wir Geld für. Und das können wir schon mal forschen. So, Hammer. Ja, eine weitere Expedition kann ich jetzt leider nicht machen, ne? Ich muss jetzt hier echt mal gucken. Und zwar, womit konnte ich nochmal das zweite, warte mal, äh, Personalgebäude bauen. Hier, Personalzentrum. Machen wir nochmal ein zweites hier hin. Besser ist das. Damit können wir noch mehr Leute einstellen, oder nicht? Also, ich möchte jetzt unbedingt noch hier die Apathos freilassen, auf jeden Fall. So, mach mal hier eben. Ich brauch besseres Personal, die mehr können. So, Wissenschaftler anzeigen. Jawohl, neuen Wissenschaftler hinzufügen. So, was können die denn hier? Ich bräuchte einen mit Wohlbefinden. Da ist der gar nicht schlecht. Der hier, der, äh, Bember, der ist auch richtig gut eigentlich. Oh, ich glaub, den nehm ich auch. Boah, die hat sieben Logistikpunkte. Alter, das will der Kitt auch gut ab. Halt. Was kann er da hinten? Ich nehm den Bember hier, auf jeden Fall. Juter Mann, sie haben den Job. Saurier Wohlspezialisierung, aha. So, und wen nehm man noch? So, der war mit Wohlbefinden. Und dann bräuchte ich vielleicht noch irgendwas auf Genetik, ne? Der ist, glaub ich, hier, billigere Synthese. Ich glaub, der ist gar nicht so verkehrt. Ich nehm den mal. Boah, 512.000 kostet der. Alter, das will ich auch. Der ist teuer. Kann ich hier jetzt eigentlich, ähm, trainieren? Nein, immer noch nicht. Warum? Was muss ich denn da forschen? Personalverbesserung 2. Ja, tolle Wurst. Was ist das? Upgrade-Verletzungsbehandlung. Für paleomedizinische Anlagen, die die Verletzungsbehandlung verbessern. Oh, das ist gar nicht schlecht. Oh, das mach ich mal. Ah, Herr Bember. Sind sie direkt mein Mann? Der kann da direkt mal dran an die Nummer. Sehr gut. So, wie sieht's jetzt hier mit meinen Dinos aus? Fahrzeuggefährdet. Ja, gut, okay. Alter, immer noch nicht, ne? Gott. Voran. Muss man hier schneller gehen. Das dauert ja ewig in drei Tage. Voran, 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 voran hier. Wir wollen ja weiterkommen. Apropos, warte mal, wir können eigentlich mal, kann ich hier noch irgendwas machen? Ach, die sind noch dran. Ey, die werden ja alle nicht fertig, ne? Da krieg ich eine Krise. Jawoll. So, jetzt können wir sie freilassen. Apatow, freilassen. Wow, ich sehe gar nichts. Geile Aufnahme, ne? Mit den Blättern dazwischen. Jawoll, neues Lebensweg, schon um, Edmontosaurus. Sehr schön. Kann der Edmontow hier mit rein? Wäre schon geil, ne? Sieht doch nice aus. Apatosaurus am Start. Ey, hallo, ich würde gerne was sehen. Komm, mach mal so. Sonst sehen wir hier gar nichts. Da sind sie doch. Einmal in den Aufnahmemodus, bitte. Jawoll. Und die Bahn im Hintergrund. Sehr schön. Das nenne ich mal eine geile Aufnahme. So, wie fühlt ihr euch? Fehlender Wald. Ah ja. Okay. Fehlender Wald. Alter, what? Blätter Baum haben sie doch. Freiräum. Okay, Moment. Fehlender Wald. Ein paar Wörter Gewinn haben sich in diesem Monat nicht verändert. Aha. Okay, warte mal. Wir gucken mal schnell hier in den Wald. So, da habt ihr den Wald. Zack. Werdet glücklich. So, wie sehen jetzt die Werte aus? Aha. Wasser. Müssen wir noch ein bisschen haben. Freiräum kratzt an der Grenze. Ist aber okay. Ja, Werte verbessern sich. Blätter Baum ist auch in Ordnung. Wald müssen wir noch ein bisschen. Alter, wie viel Wald braucht ihr denn? Was ist da los bei euch? Da. Hier, Wald. Wald. Wald, Wald, Wald. Da habt ihr Wald. Das müsste aber jetzt reichen. Jawohl. Sind zufrieden. Sehr schön. Genau so will ich das sehen. Ja, komm. Latsch doch mal in den Wald da rein. Hier ist doch Wald bis die schwarze Kraft. Machen wir hier kein Hermann. Da. Da. Und da. So, jetzt steht er im Wald. Jawohl. Sehr schön. Ja, passt schon. Sehr, sehr schön. Jawohl. Ja, da würde ich sagen, machen wir hier folgend Ende. Wir haben echt wenig geschafft. Leider. Ja, aber es ging dann trotzdem noch einigermaßen gut. Wir forschen jetzt hier noch den, ah ne, haben wir nicht. Ähm, den Edmonto. Achso, ne, Moment, warte mal. Da müssen wir aber gucken, kann der überhaupt mit dem da rein? Äh, Moment. Ähm. Kann der da rein? Weiß ich nicht. Sauropoden. Indominus wächst. Mag er nicht. Okay. Ähm. Auditonimus. Cerato. Und mit Stegosauriden könnte der auch zusammen. Ist ein, ähm. Moment. Ist das ein Stegosauride? Ne, ne? Ne, das ist ein, äh, Moment. Wo steht denn das hier? Ähm. Steht das hier irgendwo? Fluss. Yukon. Leeres Muster. Ne. Sorry. Bedürfnisse. Wald, Blätter, Boden. Hm. Könnte passen. Wären bei dem bei 75%. Wasser. Wasser. Minimaler Bestand vier Pflanzen, Pflanzenfasern, Boden. Die könnten da reinpassen, ne? Minimaler Bestand zwei. Wir gucken mal gerade, was wir hier noch verbessern können. Ja, das machen wir noch eben. Das machen wir noch eben. Hautfarbe. Grün, denke ich mal, passt. Musterfarbe zufällig. So, was können wir denn hier rein? Lebenserwartung machen wir mal einen höher. Machen wir mal. Ja, alle Modifikationen angewendet ist blöd. Was haben wir hier noch? Toleranz. Ja, machen wir mal so. Wissenschaftler zuweisen. Schauen wir mal, was wir hier rauskriegen. Oha, da unten sind wieder welche überhaupt nicht zufrieden. Die sollten wir noch mal eben schnell hier in die Pause schicken. Wie ihr merkt, ich werde hier nicht fertig. Zack. Zack. Und, äh, weißt du was? Den schicken wir auch noch eben in die Pause. Und dann schicken wir die noch mal eben los. Auf, äh, was war das jetzt? Edmonton, ne? Wo war der? Da. Dö, 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 dö. Wen schicken wir da hin? Den, den und den. Auf geht's. Alles klar. So, die Wissenschaftler sind wieder am Start. Die sind wieder unterwegs. Und wir schauen mal, dass wir hier dann Edmonton oder halt dementsprechend den anderen da reinkriegen. Sollten wir hinbekommen. Kein Problem. Die feiern hier leider noch nicht so den Wald. Aber gut, okay. Und, äh, ja, der Rest wird sich zeigen. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr wisst, wie es funktioniert. Gerne bewerten. Und gerne ein kostenlos Abo dalassen. Vielen Dank dafür. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen mehr Leben in das Gehege reinkriegen. Und der Rest wird sich zeigen. Sagt mal bis dahin. Und ciao, ciao.